Ja hallo, schon der 13. Tag des Dezembers und Nummer 13 in unserer Personal Brand Challenge für unseren Weihnachtsmann. Und das ist das Thema Imageaufbau. Der Weihnachtsmann hat sich gefragt, was sollen die Kunden in der Öffentlichkeit für ein Bild von ihm haben. Und er hat festgelegt, er will verlässlich erscheinen, gutmütig, regelkonform und er ist eine Ordnungsperson und ein Vorbild. Dein Image kannst du so aufbauen und er hat das Image der Weihnachtsmann, so ähnlich wie das Auto.